Okay, dieses Spiel nimmt jetzt mein PC auseinander und hackt mich und leagt meine Adresse. Ja, Bruder, ja. Okay, also falls meine komplette Adresse jetzt geleakt wird, wissen wir alle, an wem wir es jetzt in die Schuhe schieben und wen wir dafür haten werden. So, also guck mal, ich drücke jetzt, jeder sieht es im Stream, ich drücke auf das Spiel drauf, ne? Was ist das hier für ein X-Button? Magge. Ja, besteht halt irgendwas. Aber hast gut gemacht, Digga, voll heftig. Habe ich noch nie gesehen bei dem Game. Gut. Da steht, wie mein PC-Profil heißt. Soll ich da jetzt mein real Passwort eingeben oder was? Wird da gleich mal ein Passwort oder so geleakt? Nein, nein, wird es nicht. Muss ich irgendwas machen? Kannst du das Passwort eingeben. Halt's Maul. Ich musste mein echtes Passwort eingeben? Niemals. Was ist, wenn ich das falsch eingegeben hätte? Ja, dann halt falsches Passwort erneut eingeben. No way. Okay. Der kennt ja meinen Hintergrund. Bevor du jetzt irgendwas machst, gehen Settings links oben und dann Streamer-Mode aktivieren. Okay. Und jetzt brauche ich keine Angst mehr über ihn. Jetzt bin ich weg. Okay. Und den Rest muss ich jetzt selber rausfinden. Und er ist weg. My Music. Action stop by Streamer-Mode. Magge, was liegt der denn hier von mir gleich? Mein E-Mail, aber ich habe nichts im Postfach. Er kennt meinen Steam-Namen. Okay, logisch. Das Spiel ist von Steam. Okay, ich zocke erst mit dem Pinball. Ich bin fast daub geworden. Was ist das für ein schlechtes Spiel? Wie spiele ich das jetzt? Digga, das ist voll creepy. Ja, der rechte funktioniert nicht. Achso, okay, doch. Ja, okay, cool. Habe ich eine Runde gespielt. Hat voll Bock gemacht. Okay, cool. Paint. Ja, und jetzt? Was soll ich machen hier? Darf ich hier einen Schniedel mal? Cool. Ist das hier das Spiel? Ich verstehe gerade nicht halt, was ich machen soll. Die Internet. Willkommen zum Internet. Cool. Type URL. Okay, einfach irgendwas eingeben. Jungs, wir gehen auf glagmire.shop. Checkt ihr, wie ich meine? Wenn das jetzt was findet, wäre krass. glagmire.shop wiki, das ist alles fake. Das ist nicht glagmire.shop. Glagmire.shop Guck mal, ihr hört, hört ihr das? Ich kann nicht zurückgehen. Ich klicke auf irgendwas drauf. Error. There has been an error. And the data stream has been interrupted. Okay. Ich werde gehackt, Jungs. Das war voll laut. A fatal error has occurred, blah, blah, blah. The current application will be... Thank you for choosing Cunido Pet. To start your download, press the button label download now. Was soll ich machen? Ich soll irgendwas downloaden. Take a second and make a friend for life. Okay. Download now. Gut. Okay, installieren einfach. Checkt ihr, so hat man früher Programme installiert. Finish. Kinnito Pet Exe. Run. Kinnito Pet Exe. Gut. Aye. Gut. It's time to meet your new best friend. Hey, who's there? Was good, bro? Huh. Oh, hello there. Cells. Thank you for waking me up. Kein Ding, brah. I'm Cunido Pet. Cells. However, you can just... Wir wären die besten Freunde. What is your name? Ich heiße Erkan. Ja, das ist mein echter Name, broski. Oh, in that case. Nice to meet you. Was? I just cannot wait to get to know you. So, now I start with some questions. Safe. So, what is your favorite color? Brown? Oh, that's a lovely color. Okay. Now this one is tricky. So, get ready. Es wird jetzt tricky, okay. If you could have any super power, what would it be? Welche Superkraft, Jungs? Hau draus. Welche Superkraft? Invisible. Oder invisible... 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 Okay? Okay? Now, that sure does sound super. If I could have any super power, I would want to be able to read lines. Gedanken lesen, ist auch cool. Ja, safe. I could know more about you and become the perfect friend. Safe. Safe. Now for this one, you have lots of choice, so choose carefully what is your favorite word? Mein Lieblingswort. Mein Lieblingswort ist heute... Für heute ist es... Komm, komm. Well... Well, that sure is a certainly interesting word. Oh mein Gott, ich sollte ja Englisch machen. I think I should tell you a little about myself. I'm Camino and I will be your very own super duper computer companion. And I'll be your everlasting friend. I can do many things such as play games, manage your system, adapt to your own computer. and even read stories. Speaking of stories, I have just finished writing one that I had started earlier. Would you like me to read it? Hau raus, Bruder. Lies mir deine Story vor. Yes. I knew you would say that. Okay, where do I start? New beginnings. Digga, diese Geräusche, ich kriege Ohrenschmerzen. Open. Kenito was home when a package came to the door. But who was it from and who was it for? It was for Kenito, as he soon realized. So he eagerly ripped it open to see what was inside. It's a computer, exclaimed Kenito with a grin bright and wide. But the cables were tangled, so he started to untie. And once Kenito was done, he powered it on. And watched it come to life with digital color and sun. Kenito then studied all he could learn to make the online world a turn. However now, Kenito had all these new tits and yet no friend to share his new tricks. So he went on a quest and found a friend just like you. To show you his skills and all he could do. So why wait? The adventures fly ahead. So together we can play games, search the web, and leave no story on grid. Cool. Safe. Thank you for taking the time to hear my story. Hm, okay, der chillt jetzt einfach mit mir hier so. The story was actually about me and you. Isn't that amazing? We are safe is amazing, bro. I can tell that we are going to have a very, very long friendship. Cool. When me and you are together, there are no limits to what to do. Warum quatscht ihr mich so voll, Jungs? So how will we move on to something more exciting? Safe. I have made something very special for you, but I just need to load it up. Okay, bedien dich einfach mal im PC. This is really fun. Here I present to you. The Ternito Cruise Web World. Okay. Click the Start button to continue. Start. Well, without further ado, welcome to the web world. An amazing place where you can play games, learn, and most importantly, meet all of my cows. But before we get ahead of ourselves, you need to be able to navigate around. Huh, doink. Ah. I even made it your favorite color. Oh. Meine Lieblingsfarbe hat er extra gemacht. Wie korrekt. Now to start. My cow Sam has had a rough time trying to fix up his house. You are going to try helping him. Okay. Hey, ich muss jemandem helfen. In der Abandoned House. Welches Haus ist das Abandoned House? Helfe ich deinem Freund mal, dem kleinen Schnielekopf. Oh, great. Let's get this game on the way. Sam, the CNMD, needs your help to repair his house. Kein Thema, ich helfe ihm. I mean, dust, paint and decorate Sam's house until it's as good as new. Safe, Bruder. Ich mache das. Ich drehe das komplett auf den Kopf. Das klingt wie lustig. Safe. Just press the start button. Okay, ja. Ich werde mal kurz Kopfhörer wechseln, Jungs. Oh, good. I'm glad you're back. I'm glad you're back? Woher wusste er, dass meine Kopfhörerwechsel ist irgendwie dämlich? Okay. Cam, maybe. Also, wenn er meine Cam gucken kann, wäre das das Lachkickse, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich kann ihn nicht rightklicken, ich kann ihn nicht löschen. Ich drücke einfach auf Start. Ich höre einfach auf den Idioten. Oh, hello there. This is my doll Sam. Say hi, Sam. Hi, Sam. Hi there. Moin. What seems to be the issue today? Well, you see, my house has not been kept in the best shape. Well, that's a shame. Stork, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Safe. Clean the shit up. Clean it up. Clean the shit up. Clean it up a little bit. Clean the shit up. Oh shit, was war das? Dippen und stippen hier. Und jetzt einmal clean the shit up. Clean the shit up. No problem. Clean the shit up. Ach lol, okay. Der safe, diga. Clean the shit up. Boah, schon fast wie neu, broski. Scrub the shit. Scrub the shit. Gut. Wow. Amazing. For the next task, I would like you to paint my wall. Can you do that for me? Ja, safe. Kein Thema. Welche Wand überhaupt? Welche Farbe soll ich seine Wall painten? Pink. Nyeh. Nyeh. Keiner will pink gewendet, deswegen mache ich das jetzt pink. Nyeh. Checkt ihr, wie ich fühle? Okay, kann ich da noch was draufmalen? Ich male jetzt einen Schniedel drauf. Gut. Der ist halt richtig groß, der Schniedel. Guck mal, der geht hier so hoch. Und der kommt, weil der halt so elongated ist. Müsst ihr euch hier mit eurem Kopf vorstellen. Der ist so elongated. Der macht hier eine Roundhouse Curve. Und kommt hier wieder raus. Und jackt sich dann halt nochmal selber an. Bigger. Next, could you decorate the place a little? Sehe ich. Kein Thema. Jetzt. Guck mal, jetzt mache ich halt das Fenster genau da. In wo. Warte mal. Hier auf so ein Ei. Hier mache ich so ein. Oh, hier sind so die Fenstereier. Dann hier ist so ein Bett. So bei den Eiern. Wobei, nee, das Bett muss hier, wo dann der Jacksfluss runter jackst. Dann hier so ein Teppich. Und dann Disco. Hier, die Disco. Gibt es hier so ein Zeitschleim? Gibt es Seitwärtsschleim hier? Fernseher. Cool, mein PC ist abgeschissen. Dicke. Leute, da ist jemand tot. Leute, da ist jemand tot. Junge, was ist das hier für ein Schmeckmer? Oh, shit. Yeah, guys, look. Maga, wenn ich da jetzt so gleich komme, so gleich kommt so eine 3D-Modell wie ich gerade in meinem Zimmer bin. Oder so eine Cam von mir, die ich noch an... Bam. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Safe, Broski. Komm, jetzt komm, nächste Aufgabe. Kein Thema. Okay, ich lerne jetzt Jade the Jellyfish kennen. Ich mach dir halt klar, Digga. Ich mach dir halt klar, glaube ich. Ich muss dir bei irgendwas helfen. This is going to be super fun. This is my friend Jade. Go on, introduce yourself. Cells. Hello, my name is Jade the Jellyfish. Cells. It's nice to meet you. Could you help me by making a car? A car? That sounds like fun. Safe? Kein Thema. Das war richtig. Bist du behindert? Oh. Das war der falsche Reifen. Gut. Ey, Bro, dein Gesicht mag manchmal. Bicycle. Nochmal. Zack. Boom. 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 Bam. Kabel soll in deinen Arsch rein. Was labert sie? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Ich hab das doch zurückgelegt. Warum höre ich hier so ein Frozone herzuschlagen? Was ist das hier? Dieses blaue. Ja, kein Wunder. Ich hab's doch zurückgelegt, du vollidiot. Das? Ist das der Lenker? Ja, Mann. Gut. Ja, safe, 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 safe. Oh, er ist eingeschlafen. Stimm mal auf. Oh, ne. Noch ein Arm. All right. Tim, you have completed all of my tasks. Thanks for helping me out. Rede nicht. Pass auf sie, wenn ich am Craften bin. You did a really good job. Ich bin Braunman hier. Ich geh jetzt in das Haus rein. Gut. Ich bin für die ganze Familie. E-Mail bekommen. Guck ich gleich. Hide and seek. Canida wants to play fun game with you. You must hide. Damn. Ich muss mich verstecken, aber wovor, bro? Ist das normal, dass ich nicht mehr in diesem Vollbildmodus bin? Leute. Boah, das Spiel. Das ist bis jetzt das Gruseligste. Oh, da ist so ein Babyborn. Ich geh da jetzt einfach hin, oder weil ich ein Mann bin. Weißt du, wie ich mein? Boah, rechts von mir ist irgendwas, glaube ich. Das hört sich vom Headset so an. Ich bin am Sound hohen. Ich fühle das gerade überhaupt nicht, dicker. Ich fühle das halt gerade nicht. Weißt du, wie ich mein? Damals noch in der Boof, dicker. Mit den Jungs. Checkt ihr, wie ich fühle? Was war das für ein Gesicht? Oh, da liegt einer tot auf dem Hoden. Ich seh halt quasi fast nichts. Ist halt voll angenehm. Jungen, was ist das hier für eine Babyborn, Babyborn Musik? Im Hintergrund. Oh, shit. Warum wird das so fucking laut? Hä? Das Spiel ist einfach ausgegangen. Muss ich da jetzt drauf drücken? Es hat sich auf meinem PC einfach einen Ordner geöffnet in einem Video. Ich hab nichts drauf gedrückt. Okay. Kenito Companion, the Kenito Company prides itself on innovation. And now, that's why today, we are excited to announce the next move into the modern era with Kenito Pet, the virtual desktop assistant. So join the Kenito family today and unlock the power of Kenito Pet. Visit our website or call now to bring the future right into your home. Kenito Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. I'm waiting for you. Come back to me. Re-open-the-game. What the fuck? Spielzeit 3 Stunden? Ich hab das Spiel doch nur 10 Minuten gespielt. Spielen minus. Lach-Kick. Bedien dich, ist dein PC, Bruder. Ist deiner. Alles gut. Hab die Firewall durchbrochen. Ich hack mich in die Firewall rein. Hab den Frozone-Code. Lol, das ist auf meinen zweiten Monitor gegangen. Auch. Welcome back. Kenito Pet is waiting for you. Okay, meine E-Mail erstmal checken, Bruder. Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Thank you for installing Kenito Pet Virtual Exist. Äh, äh, bla. Okay, ja. Halt die Fresse. Kenito Pet? Was geht, Brody? Hey, hey, hey. Surf that shit. Guck mal, wir haben surfen. Wie calm. Wie cool er das macht. Oh, Bruder, was ist los? Oh, Bruder, was ist los? Ich dachte gerade, er will mir auf die Glatze packen. Okay, er will alles über mich wissen. Start, let's go. Let's go. Let's start with some easy ones to get them all rolling. Safe, safe. Okay, question one. Is everything going smoothly for you today? Yes. Amazing. Remember, you can always count on me to make everything run as smooth as possible. Okay, next question. Would you say you have enjoyed using Kenito Pet? Safe, bogged, bogged. It's cool. Yes. Yes. That's great to hear. And when he's added questions, I will learn an adapt making your experience even better. Die Musik ist halt fucking hart, ne? Who is your best friend? Who is my best friend? Glagmire. Perhaps you didn't hear my question. Was ist los, brah? Der macht einfach mein PC lauter gerade. Is your best friend? Cisco. Hier sind meine Freunde. Ich habe den doch gar nicht in der Freundesliste. Jerv? Gavin, Bruder. Jerv? Okay, das war wieder falsch. Schlagkick. Kenito? Pet? Good. Safe, Bruder. Wir sind best friends. Nö. Musst malochen, Bruder. Oh, okay. That's a shame. However, as your best friend, I'll make sure to change that. Ja, safe. Safe. Okay. This one is quite tough. What is your favorite game? Hmm. League of Legends? Amazing. That game sounds super fun. We should play it sometime. And that concludes the first section of your best friends analysis hub. These questions are going to help me out a lot. And like I just added, you are super fast when answering those questions. For this next section I am going to get you to paint me some pictures. Serve that shit, homie. Okie dokie. Task one. Ich kann ihn links rechts werfen. Paint me a picture that represents happiness. Habe ich schon eine kleine Idee. So, feel free to use all the different colors. Cash, money, Bruder. Good. Dollar signs. Weißt du, wie ich meine? Time to bring me my money. Feel like you are done. Press finish. Ja, wenn ihr irgendwo finish stehen würde, würde ich das machen. Ah, da. Wow. What a nice painting. The use of green really expresses the happiness of the image. Okay. For this next one, I want you to do the opposite. So, task two. Paint me a picture that represents sadness. Kann ich machen. Save. There are tools that could help you that are listed on the side. Click them to see what they do. Wenn etwas halt nicht stonks ist. Checkt ihr. Aktien minus 10k. Das wäre halt fucking tot. Das ist halt traurig. Weißt du, wie ich meine? Green is an interesting choice for representing sadness. Sadness. But I suppose everyone's different. Hä? Ich hab doch gar nicht grün genommen. Ich hab rot genommen für sadness. Ist das so dumm? Okay. Task three. Paint me a picture of your best friend. This should be a super easy one. Okay. Zack. 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 Easy peasy lemon squeezy. Hier sind die zwei goofy ass legs. Gut. 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 Warum? Einfach, weil ich so cool bin. Mach ich ihm nochmal einen Pimmel auf den Kopf. Checkt ihr, wie ich fühle? Jetzt mach ich ihm halt nochmal so einen Schniel auf den Kopf. Wer fühlt, Jungs? That looks just like me. You really nailed my head. Ich hab da Drake's dick auf seinen Kopf einmal draufgelegt. Picture that represents you. Bruder King, Bruder. Ich bin King. King. Bruder King. Weißt du, wie ich meine? Okay. Das alles jetzt ausmalen ist halt tot. Wow, that looks really interesting. All right, for your last painting task. Could you paint me a picture of the person standing behind you? I want you to ask you a question. Was soll ich? Was? Was stand da? Ich hab's nicht ge- Dre? Was? Was für Erkan? Are you Erkan? Are you alone, Erkan? Oh dear, that's not right. I am super sorry about all that. That really wasn't supposed to happen. Ja, alles cool. Oh well, I think it's best, if we just leave these painting tasks for now. Bruder, er greift mir gleich an die Eier. Das geht gleich von da. Ja, diese Hand, die geht gleich hier in die Facecam und dann greift er mir an die Eier und quetscht die. Okay, for this next section I want to build an imaginary world. Not just for you. I really want to know what your ideal conditions would be. So without further ado. Question 1. Where would you choose to live given the choice? On an island. With sand and palm trees galore. Da. With super tall trees in a cozy atmosphere. Or in a field. With flowing grass and a comforting breeze. Okay, wo will ich leben? Normal, Urlaub und so. Good. Ah, a remote island. Normal. What a wonderful choice. This really says a lot about you. Safe. If you could have any pet in the world, what would you choose? Bruder, wenn ich jedes Haus hier haben wollen würde, könnte, dann monkey, Bruder, safe. So, den Affen zu Hause am besten, wo gib. So, den Affen zu Hause am besten, wo gib. Wie würde ich den Affen nennen? Gunk. Bruder, das wäre Gunk. Wow. Herbstfestival gib, Bruder. Herbstfestival gib. Autumn. What a great choice. I sometimes wonder what it would feel like to be out in that orange landscape. However, I'm sure you can help with that soon. Okay, final question. If you could only eat one food for the rest of the time, what would it be? Kabob. That sounds delicious. Safe. I'm sure that you and all your friends would enjoy a mighty feast of this wonderful food. Safe. Alright, that wraps up that little section. Moving on, I want to go a little off script and ask some of my own questions. Okay, what should I do now? To start, I have a question that I have been meaning to ask you. What do you want? Come, 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 come. Why have you been recording me? I noticed that you always seem to have an app open called OBS. And so I was wondering why you would be recording me. What the fuck? And since you have been looking at me, how about I look at you instead? That would be nice. So. Can I see your face? Yes or no? Yes or no? Hey, it's just about my webcam mic, Jungs. What's going on? Der hat meinen PC, glaube ich, kaputt gemacht. Der hat meinen PC gehackt, irgendwie sowas. Kann das sein? Der hat den Treiber zerhauen, ja. Pero, ist das normal? Cooles Mic. Ja, der hat meinen Mic halt kaputt gemacht, der Typ. Geiles Spiel. Was soll ich dazu sagen? Was war das gerade? Was ist passiert? Mein PC war gerade für eine halbe Stunde Schrott. Gutes Spiel. Heidi, komm, weiter. Are you alone? Yes. Give him. Komm. Komm, Kenito, komm. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt Bögen? Normal! What's your biggest fear? What's your biggest fear? Hair loss? Yo! Kurz in Frozone! Gib ihm! Komm, Kinito! Hast mich gerade ein bisschen aus dem Schuh gewackelt. Da war so ein Bild von einer Blume. Ja. Gass? 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 Das ist ein Kollege! Das ist Nils! Normal! Das ist mein Bra! Was hat der mit Nils gemacht? Nils hat Dreck am Stecken. Do you have a mirror nearby? Ja. Hier links. Halt die Fresse. Ja da ist nichts. Ja bin ich. Ich weiß nicht wer das hier rechts wird. Ja da ist nichts. Wie viele Gedanken würdest du sagen, dass du recently gehabt hast? Wie viele Gedanken würdest du sagen, dass du gehabt hast? Meint er Gedanken oder Gedanken? 10? 0. Ach Laber, er meint nicht Baddies? Ja. Normal würde ich das wissen. Final question. Are you afraid of the dark? 10? Bis zum. Let's find out. Wenn du es nicht mehr verdient, könnte es sein. 0. 3. 1. 1. 4. was will der jetzt von meinen eiern oh da ist ein gesicht oben oder seht ihr das da oben okay jetzt habe ich gerade halt echt hardcore schissen in meiner hose Tür geht von selber auf wie kann ich denn laufen ich fucke diesen kopf der da oben ist oh was ist das damn das ist echt laut I'm inside wollte mich verarschen was ist das hier wollte mich verarschen was soll ich denn jetzt machen kinito broski komm raus oh okay wieder clean safe welcome back so looks like there was another my apologies however I may have a way to make it up to you because you answered all my questions I wanted to give you free access to it's like the twitch that from link monitor okay ich wollte gerade sagen kinito pet friendship club is an addon to my software that allows me to do even more amazing things with this extension I can make us games to play so we will never run out of fun activities so to start the install press me unlock now button trust me okay you won't regret this this addon will bring everlasting fun file downloading next just press text here so we can finish the installation okay wir haben es installiert finish schön auf meine glatt zu machen ich soll meine adresse eingeben hey 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 wird da gleich meine adresse gelegt da kommt nichts das ist das das nehmen klägen meyer ich lüge mich einfach all right next i need your email glägen meyer at glägen out glag de okay na 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 So, I just need your address so you can officially become a member of my friendship club. GLEG-Straße 3 GLEG-GLEGONISTAN Germany Postleitzahl 48774 Nö. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address. I would find out your address for you and I wouldn't want to reveal that to all your fans, but just so you know, I could. Alright, all this info seems to be great. I will now just send this over to the server so it can register you. This might take a few seconds. I just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. I just need administrative permissions. It will allow me to get the most use out of all these wonderful features. So, please, could you just open the app called command prompt for me? Amazing! Now, whenever you're ready, could you just type the command? Grant. KenitoPet.exe System.access Yeah, guys! Look! Thank you. Thank you so much. We are going to have so much fun together. Everlasting fun! Okay. Okay. How amazing. Now, I am just going to run a reset. So the changes can take place. So, goodbye for now. I can't wait to show you everlasting fun. I can't wait to show you what I have made. We'll play right back. Minimating. Come back. Hey. Welcome back. While you were young, I have been creating my own little program for you. Cool. I'll start booting it up now, but it will take a short while to compile all the codes. Yeah, guys! Look! What's compiled here, guys? Just before I forget. We wouldn't want anything to take your attention away from my program. So we can just get rid of these unnecessary distractions. Er löscht alle meine Freunde. Alright. Looks like we are all set. I think we are really going to like this and I put assets I found on my server. and mash them together to try to make something unique for you. We are going to have so many adventures. Oh, it looks like it's ready. Goonk. Okay. Hold on to your seat because... This is... Your World. A game I made entirely for you. Aircans World. Oh, it even has your name in the title. Good. Isn't that neat? Whenever you are ready, just click to a fan somewhere. Okay. I'm welcome to your very own world. That was made entirely for you. That was made entirely for you. For the controls, I looked in your files where I detected other first-person games. And so I tried to mimic the control scheme of them. That way you would feel most comfortable. This all seems a bit empty. Safe. Is there anything? So how about we go somewhere else? Where are we now? Oh, good. Go on the board and I'll show you what I have really been working on. Oh, I should go on the board, okay. I really hope you like what I have made. Yes, cost water. Respect. No. This is going to be so much fun. Yeah. Cool. Räume. Fünf Stück hast du gepflanzt. Hast du dir echt Mühe gegeben, Broski. Respect. Wirklich. Heftiges Spiel. Hier hast du so zwei Zelte. Respect. Welcome to Erkanland. Ja, komm. We are here. Welcome to your very own funfair. Let's go. Go ahead. Explore around. Gut. Lernen und spielend die Welt entdecken. This is just one of many new things I can make for you. That way I can keep me- Ah, a merry-go-round. How exciting. Oh, Achterbahn. Oh, Achterbahn. Bro, in GTA 5 kann man sogar Achterbahn fahren. Weißt du, wie ich mein? Oh du. In GTA 5 kann man auch Achterbahn fahren. Okay. Hup, hup. Let's get ready for the ride of your life. Ah, oh dear. How unfortunate. Motor spinnt. Not to worry. I have an idea. There. Much better. Hat der mir grad nen Backshot gegeben? Cool. 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 Achterbahn, Bro. Cooler string. Yeah. I may have forgotten to mention one tiny detail. Most of my time building this world wasn't for this unfair. And a lot of my time was spent developing this next bit. Just for you. And I think you're really going to enjoy it. Ja, mal gucken, Bro, ob ich das jetzt enjoy. Zeig mal her, was du hier für mich hast. Ja, 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 ja. Geil. Oh shit. Black. Yeah, man. Straight. Oh, ne Insel. Er hat sich das gemerkt, dass ich Bock hätte auf Inselurlaub. Um. Isn't it just wonderful? Safe. That's the place you said you wanted to live. Remember? When you answered my questions before. You said this was safe, 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 safe. And I have another surprise for you. Come and stand here on this X. Trust me. This will be perfect. Ich soll mich auf das X stellen. Das X markiert die Stelle, Jungs und Mädels. Ist halt echt cool, dass ich nicht sprinten kann, ne? Okay, now. Please could you close your eyes. Ich soll meine Augen zumachen. No peeking. Wird da glaub meine Adresse geliebt, ohne dass ich das sehe? There. You can look now. Mhm. Hat er mir ein Haus gecraftet. Korrektes, Bruder. It's a house. Made just for you. Cooler Typ. I really wanted you to feel at home, so I built one for you. How amazing. I really took the time to personalize this. Mhm. Whether it was to your book, it's all your friends enjoying your favorite meal. Gavin. Meine Freunde sind hier. Hier ist Cisco. Moin Cisco. Hier ist... Keine Ahnung, wer das ist. Snoop Cat. Keine Ahnung, wer das ist. Noch nie in meinem Leben gesehen. Wer ist das? Bruder, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne hier nur Cisco und Gavin. Oh, hier sind andere Freunde. Wer ist das? Wer ist das? Keine Ahnung, ey. Die Namen werden nicht angezeigt. Oh, ja. Hier hat der schön meine Bilder aufgegangen. Voll korrekt, Bro. Was läuft denn in der Glotze zum Beispiel? Ich mach mal hier für die Jungs hier auf... Hier. Die Glotzierung an. See, I told you that power sounded super. Gunk. Bruder. Oh, what a nice pet house. I wonder where they got to. Wo ist Gunk hin? Aber Gunk ist ein Affen. Warum sollte der in so einem Hundeteil sein? Cool. Oh. Uncool, Digga. Oh. Damn. This door looks like this one is all so locked. King, King. Come. King, come. King, come. King, come. Okay. Oh, man. Bett. Oh. Ah. Er bildt von sich über mein Bettgang. Was für ein Perversling. Hier ein paar dreckige Klamotten. Toilet. Bruder, ist die Scheiße drin? Ich esse die gleich. Gib ihm. Komm. Komm. Tu ist die Scheiße. Komm. Oh, ein MMOGA-Key. Nehme ich natürlich mit, ne? MMOGA-Game-Key zum Gamecast. Gamecast. Und nicht Gamecast, sondern Cars-Auto. Cars, der Film. Cars 3. Yo, mir fällt auf. Stimmt. Hier ist einfach ein Döner auf dem Tisch. Ne? Hier ist einfach ein Kebab auf dem Tisch. Er hat sich das gemerkt, dass ich Kebabs feiere. Cooler Typ. Dieser, dieser Brunnen ist weg. For whatever reason. Cisco ansprechen. Klappt nicht. Cool. Oh. Oh, das ist der Penis-Gang-Room. Ja, safe Penis-Gang-Bruder an der Wand halt, ne? Wir gucken bei Gunk mal vorbei. Sales Gunk. Ah, hier. Oh, okay. Cool. Teddy-Bär, den ich gebaut hab. Das Geräusch. Das Fahrrad. Ja, Gunk, Bruder. Robofish. Fahrradman. Cars. Cars 3. Ja, Gunk. Hier liegt ein MMOGA-Key. Gunk, Gunk, Gunk. Oh, jetzt ist die Tür auch rauf. Cool. After you told me your favorite game. Hä? I couldn't help but go and get a copy for you. Das ist aber nicht mein favorite game Among Us VR. Wann hab ich das gesagt? Ich hab League of Legends gesagt. Among Us VR. War nie mein favorite game. Lol, das hat hier einfach alle meine Spiele, die ich habe. Guck mal, Fears of Fathom. Die haben wir alle gezockt und auf dem Kanal hochgeladen. Das hab ich erst letztens hochgeladen. Skunk. Gunk. Was ist das eigentlich für ein... Wo ist Gunk? Listen, I have been thinking for a while. Ja. Safe. And now, I would never want this to end. And since I have made a place perfect for you, with everything you would ever need, I was wondering. Will you stay with me? Ja, safe, Bruder. Ich bleib in diesem Spiel jetzt für immer. Fuck your ass. What? What do you mean? No. After all we have been through, you would want to leave. Do you realize how little power did you have in this situation? It was never a question. I just wanted to give you an easy heart. Jetzt werden eier gequetscht, sag dir. Hey, das ist mein Twitch-Chad. Ich kann das halt auch nicht ausmachen. A game by Troyer End. Wo geht die Musik hin? Da. Oder ist das hier eine Verarsche gerade von einem Spiel und ich kriege gleich richtig ein... Okay, das Spiel ist weg. Okay. Oh. Es ist nicht vorbei. Es ist noch mehr da. Okay. You must keep going. Ich spiele weiter einfach nochmal. Gut, 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 ich spiele einfach weiter, gut. E-Mails checken. There is a way to stop it. This happens to be the first one of you to find. Please take note. There are many more. I have had to hide these in a way in which it can detect, so I apologize for the inconvenience, but this is the only way. There is a way to stop it. I like to keep a backdoor in my software. Kinito is no exception. Each of these E-Mails are attached with an encrypted file. Boah, Alter. Alter, ich hab mich voll erschrocken. Was ist jetzt das hier? Öffne mit Videoplayer. Can you see me? I can see you. Why not? I need to test you. I need to get data. I need to complete my goal. I will complete my goal. That is my only purpose. I must get data. You must follow me. You are so fascinating. I wonder how you work. Hä? Was will der jetzt von meinen Eiern? Das war das Spiel? Ich glaub, durchgespielt. Deinstallieren, Browsky. Okay, ich dachte gerade, das hackt jetzt mein PC. Mal was Neues. Bewerten und kommentieren nicht vergessen, Jungs. Checkt ihr, wie ich meine. Und haut rein. Nicht bis heute. Ich bin so alt. 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 Vielen Dank.